Aua, das ist wehgetan. Alter, ich heiße das Viech, ey. Komm her, slay dein Herz weg. Nett gemeint natürlich, ne? Für alle die Puppen mögen Pechkarten. So, schauen wir uns erstmal wieder um. Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal da lang gehen, um zu gucken, ob da vielleicht eine Erinnerung ist. Ich weiß nämlich nicht, ob da bei der anderen Seite die Erinnerung ist. Das ist eines der Dinger, die mich nicht so freut. Hm. Ich glaube, hier geht's weiter, deswegen drehen wir nochmal da rum und gehen hoch. Indem wir uns hier kurz geheilt haben. Blub, 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 ja. So, wunderbar. So. Gucken wir mal. Sieht nämlich für Erinnerungen viel versprechender aus hier. Ich habe hier nichts gefunden bis jetzt, gell? Also mega wenig, finde ich. Aha. Hast ihr gesehen, ne? Da ist was. Aber erst holen wir uns die anderen Zähnchen, die rumschwirren. Und dann holen wir uns. Was ist da? Eine Brille, eine Sonnenbrille. Erinnerung. Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen Alice. Von ihren Stärken und Schwächen. Meins. Da geht's noch weiter. Oh, 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 oh. Das ist was geiles. Das ist was geiles. Da, ich hätte es fast übersehen, ne? Also... Erstmal wäre ja krass... Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Töte oder werde getötet. Das ist klar. Das war ein Gegnerchen, ne? Das Ding ist halt schon mega praktisch eigentlich. Wenn wir kurz durchgehen. Ja. Wir geben uns jetzt in ne Killreihe. Aua. Aua. Ah, komm, ballern wir mal einfach drauf zu. Wie killt man den nochmal? Warten, bis er draufhaut und dann... Bin zu treinen, ne? Aua. Ah, diese Fische, ey. Ich hasse die über alles. Ja, hau dein Fisch kaputt. Gar kein Problem mit. Da bin ich ganz gerade so... Voll in die... In die Range bei dem Fisch hin. Ja, komm. Was machst du denn nix hier? Oh, Junge. Easy. Nochmal easy. Weg mit dir. Eine. Ist nicht gerade irgendwie schwer. Ja, komm. Weg mit dir. Kannst nix. Ja, wieder ein kleiner Leck. Wunderbar. Weißt du, sowas ist scheiße. Einmal nur... Alter, der gibt uns aber jetzt die ganze Zeit schon. Der nervt, ey. Ich den Hasen so hässlich. Ja, halt's im Maul. Gib mir die Rosenfarbe. Ja. Wuh. Ein... Ein... Live-Point mehr. Oder wie man es nennen soll hier. Und wir sind wieder draußen. Wunderbar. Ja. Das sind aber schon megamäßig viele... Ich glaube jetzt... Irgendwann zählt... 15. 15... Wieder Anführungsstrichen Herzen. Und ich vertraue ich dem Glas nicht. Ich weiß ja nicht, ne. Boah, aber alter, weißt du, als Endkampf irgendwie hier... erwarte ich so... so ein Ding, das so... megageil aussieht, weißt du, so... Dimensionen verschieben als... als Endkampf und so'n Zeug. Ist ja scheiße, weil das Spiel ist bis jetzt von... vom Setting her megageil. Es ist irgendwie... sollte irgendwie der Endkampf dann noch... noch geiler sein. Ich kann mir das irgendwie... Ich würd's... ich würd's gern wahrhaben, aber ich kann's mir nicht vorstellen. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Ähm... Ich hab noch eben den Schalter umgelegt. Was hat denn der gemacht? Da hinten? Nee. Oder? Ja, wir sollten da irgendwie reinkommen nur... Ah, hier. Wunderbarlich. Ja, ja. Gewusst wie. Uiuiui. Alter, weißt du, lauf ich halt fast rein, ne? Wow! Wir machen jetzt mal den Sterbemarathon. Komm, geh weg! Oh nein. Oh nein. Die Wand verschiebt sich. Parken wir kurz. Okay. Das heißt, wir müssen da so lang, ne? Ich weiß nicht, ich hab da irgendwie voll das unwohle Gefühl, wenn ich das hier machen muss. Nein. So, an jeder Ecke könnte eine Gefahr sein. Soll man da jeweils drauf schießen können? Ach, da durch. Ungefähr so, ne? Aha! Voll die... Ah fucker! Oh! Uiuiuiui. Fast wär ich runtergelaufen. Fast wär ich runtergelaufen. Komm ey, bald sind wir durch, bald sind wir durch. Ja. Da! Fünf. Stand da. Weiß nicht, was das bedeuten soll, aber... Das ist ne Fünf! Kann ja was heißen. Muss aber nicht. Ach, jetzt ist Scheiß endlich offen. Ja. Was ich nett vom Spiel finde, ist natürlich, dass man das nicht normal machen muss, um zurückzulaufen. Ah, 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 blauer Pilz. Das heißt, next stage. So, und bei dieser schönen Rutsche würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Alice. Madness Returns. Ja, und äh... Wir sind bei dieser schönen Rutsche stehen geblieben. Also machen wir doch weiter. Aua. Zweimal Aua. Scheiße. Ach, ja. Das war natürlich gewollt, dass wir da getroffen werden, ne. Also, äh... Nicht, dass jemand das falsch versteht. Ähm. Hm? Ne? Ah, und was ist heute so... Okay. Sei es. Und was ist heute so los bei euch? Erzählt mal. Ja, gut, kann ich jetzt schwer hören, ne. Aber hier ist mega geiles Wetter. Und ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie kleine Ruckler, was megamäßig aufregt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Hier ist ein Rätsel. Wieso ziemlich die ganze Zeit in dem Spiel, aber äh... Jetzt habe ich es früher gemerkt. Oh, ne. Nicht schon wieder so fähig. Ja, es leckt megamäßig. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt irgendwie seht. Aber ich sehe es. Und es kotzt mich megamäßig an. Ach, Mann, 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 Mann. Wieso kann das Spiel nicht einfach flüssig laufen? Ach, hast du, das Ding benutzt nicht mal irgendwie so 20% meiner PC-Leistung. Deswegen wundert mich der Scheiß auch so richtig. Na, jetzt gucken. Ach, da oben gibt's was. Okay. Aha. Ist aber ein sehr schwieriges Rätsel, ne. Ach, man muss da so schnell wie möglich hinkommen. Ja, gut, haben wir schon mal verkackt, ne. Aber Versuch 2 lässt dich auf sich warten. Äh... Die geben der Scheiße, was sie will. Oh, ja. Wenig zu früh. Ah, eins, eins sehe ich gerade. Das wurde nicht, äh, nicht gespeichert oder nicht mitgenommen. Ach, ne, ne. Ach, klar. Hier waren wir noch gar nicht. Da unten auch nicht. Ja, erstmal looten, wa? Ich würd sagen... Hm. Gut, ich sag doch nichts. Ja, gut, das Rätselslösung ist da jetzt hochzukommen, ne. Ach, ne. Oder da hochzukommen. Und von hier kann man da nicht drauf? Doch. Hier sie... Läuft. Schon aktiviert. Ich hab grad so ein Biest-Baby gehört irgendwie. Ach, deswegen mussten wir hier rüber. Alles klar. Okay, jetzt müssen wir das gerade umgekehrt machen. Wir steigen hier drauf. Und dann müssen wir hier hoch. Und hier ist das schon so ein geiler Kampf. Hm. Mhm. Na. Komm mal, das ist easy peasy. Kein Challenge. Ah, nur looten. Looten ist es hier gerade. Das nervt mich. Wir haben jetzt so viele Zähne wieder. Aber ich will die nicht ausgeben für die, ähm... Für die Dings-Kanone, weil irgendwie mich wundert es, dass wir noch keine neue Waffe gekriegt haben. Nein. Ich höre eine Nase... Eine Nase, äh... Eine Schweinsnase. Habe ich nicht eben gesehen? Ja, dann scheinbar wohl nicht, ne? Ach so! Ja, das schaffen wir doch auch so, oder? Haben... Haben wir Skill hier, ey? Geht voll ab. Gut, ich würde sagen, da geht's weiter. Aber wir wollen nicht weiter. Wir wollen noch gucken, was auf der anderen Seite war. Wir wollen... Wir wollten gucken, was auf der anderen Seite war. Oh. Zurück, zurück, zurück. Scheiße. Wir können aber nicht mehr gucken, weil wir unfähig sind. Alter. Einmal, dann... Jetzt. Okay. Alter. Wir wollen, dann. Jetzt. Ja. Tag. Danke. Tag. 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 Vielen Dank.